So, wir sind zurück und das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein Zahlencode für die Brücke zu dem anderen Raum hinüber. Ich habe gerade mal, weil wir vorhatten, um warm-kalt zu spielen, nachgeguckt in der Lösung. Und ich habe Cari schon gesagt, es ist so simpel, dass wir einfach nicht drauf kommen würden, weil wir es auch nie nutzen. Uns fehlt nichts, wir haben schon alles. Wir müssen nur noch mal in etwas Speziellem nachgucken, und zwar in unserem Tagebuch. Aha. Das meine ich mit benutzen ist nie. Ja, okay. Es war schon das Videoband, nur hat sie es eben hier in groß. Super. So. Ich habe es jetzt einfach mal, weil da werden wir nie drauf kommen. Gut, ja. Zwei, fünf, eins, drei. So, das wäre geschafft. Ich bin gespannt, was mich in dem Raum da drüben erwartet. Ja, ich auch. Ich auch. Lauf, bitchy, bitch. Ehh, was ist das denn? Rost, flugrost. Das ist hoffentlich nichts anderes als Keim. Hier ist nichts. Das ist die Tür. Eine Leiter oder sowas? Roche. Ja, damit fange ich an. Voll mit Feuerwerkskörpern. Achso. Silvester! Das ist ein Feuerwerkskörper? Das? Das sieht aus wie Leuchtfeuer. Geräte. Die Geräte sehen allesamt völlig veraltet aus. Anscheinend wurde nur in die Sachen investiert, die unbedingt notwendig waren. Ja, natürlich. Guck mal, Auge, Auge, großer Mund. Geräte, Geräte, Geräte. Geräte. Und in die Schublade gehen, glaube ich. Nee. Achso, nee, da ist es nur kurz weggegangen. Alles klar. Schubladen. Geräte. 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 Na dann zu dem interessanten Teil. Ja. Da ist irgendwas ganz in der Nähe der Forschungsstation. Wahrscheinlich ein Flugzeug. Vielleicht können die mich ja hier rausholen. Ich müsste mich nur irgendwie bemerkbar machen. Leuchtfeuer an die Harpune binden. So, das war es jetzt hier? Ja. Aha. Geräte. Aber eine gute Idee. Nur womit binden wir das fest? Silikon! Ja, okay. Hat sich. Rätsel gelöst. Auf geht's. Du musst es nur noch stimmen. Tja. Aber wir kommen da an und dann geht wieder nichts. Das ist natürlich dann, äh, das wäre doof. Aber so ist es doch immer. Komm, das passt schon. Das, äh, das, äh. Ja. Go Nina! Los, bitchy bitch! So, hier, da, 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 dran. Die Streichhölzer brennen gut. Die Lunte hingegen überhaupt nicht. Ist wohl mal nass geworden. Hä? Wickelt doch das Tagebuch drum. Die Streichhölzer brennen gut. Ich wollte das doch hier dranbinden und nicht, äh... Ja, das will ich ja auch nicht. Reicht ja schon. Die Idee ist ja schon, ist ja schon alles gut. Sie würde es ja automatisch machen. Das Ding ist halt nur, dass wir... Wie wär's denn mit, äh, Lebertran? Erst mal reintunken. Deswegen spielen wir zu zweit. Und nicht allein. Muss nur funktionieren. Wie war das? Wenn ich die Zündschnüre mit dem Valtran übergieße, funktionieren sie hoffentlich wieder. So. Wenn ich die auf den Boden stelle und anzünde, hilft... Ja, geht doch. Du machst halt, wie ich es eben gemacht hast. So. Mach's doch nicht so schwer. Go, bitchy. Go, bitchy. Wuhu! Zack, prompt schützt das Flugzeug ab. Voll getroffen. Schön in dem Propeller die Harpune. Bam! Bam! Ja. Die treffen die so farab. Na, sofort! Und die landen, äh, äh, im Schiff. Ja. Wo sind die jetzt da, wo, äh... Na, auf dem Gletscher, irgendwo außerhalb des Geländes. Oh Gott! Dieser Showdown, das ist ein bisschen ernst. Es ist nicht... Guck mal, guck mal! Assassin's Creed? Was ist denn jetzt? es ist nicht so wie du denkst der standardsatz eines mannes das sind nicht unsere feinde die wollen uns helfen leute die mir angeblich helfen wollen habe ich in letzter zeit genug getroffen ja ich weiß dass mit oleg tut mir sehr leid aber da weißt du später diese männer haben mich hier hergebracht um also steckst du doch mit denen unter einer decke das sind doch die gleichen sektentypen die der hausmeister und das kleine mädchen beim museum beobachtet haben als mein vater entführt wurde ja und die sekte hat dein vater auch tatsächlich entführt aber zu seinem eigenen schutz machte keine sorgen es geht ihm gut zu seinem schutz vor leuten wie dir du hast mich doch die ganze zeit verarscht und mit diesen typen zusammengearbeitet nein nach meiner rückkehr aus irland hat die sekte auch nicht entführt erst dann haben sie mir die ganzen zusammenhänge erklärt vorher habe ich die typen nie gesehen das musste mir glauben muss ich das zurück bei seinen nachforschungen zur tunguska katastrophe auf etwas gestoßen das unbedingt geheim bleiben sollte die sekte hat alles dran gesetzt damit dieses geheimnis nicht in falsche hände gerät was soll das gewesen sein die leute glauben dass sie nachkommen von außerirdischen sind und die tunguska katastrophe wurde von einem raumschiff ausgelöst das bei dem versuch abstürzte die letzten überlebenden ihre art von der erde zu retten ich weiß nicht mehr was ich glauben soll erinnerst du dich an deine begegnung mit der sekte in tunguska ja war schon seltsam tatsache ist bei der tunguska katastrophe 1908 stürzte ein undefinierbares flug objekt ab es wurden aber keine überreste gefunden dann tauchen jahre später sonderbare bruchstücke auf dein vater untersucht diese und findet heraus dass sie zum einen nicht von der erde stammt zum anderen aber bearbeitet wurden sagt die kalle expertise genau dann gelangt das material an das militär und deinem vater werden alle weiteren nachforschungen untersagt als er sich daraufhin mit manuel perez trotzdem noch einmal in die tue und aufmacht wird perris zufällig opfer eines experiments militär dort mit dem außerirdischen fundstück durchführt dein vater erkennt die gefahren die von dem material ausgehen trotzdem oder vielleicht genau deswegen forscht er weiter bis er auf die spuren der zopa stößt deren verlassene höhlen er in china findet hier entdeckt der artefakte die aus dem gleichen außerirdischen material bestehen wie das bruchstück aus der tunguska region eine seltsame verbindung findest du nicht und eins der artefakte ist jetzt hier überbrachten die anlage gehört massimo gar zu so innen drin und haben schon mal gehört milliardär dreimal geschieden sieht umwerfend aus du kannst ihn gleich nach einem autogramm fragen was er ist hier ich habe ihn unten in der station gesehen er hat sich über mittelsmänner in sämtliche telekommunikationskonzerne eingekauft und wird in kürze das komplette mobilfunknetz kontrollieren und hast du angst dass die minutenpreise steigen nein mal an die funkwellen denkst du noch mit keine vorstellung davon was die hier vorhaben denk mal an den unfall von peres die nervenklinik in kuba die französische wissenschaftlerin und die tierversuche der russen hilf mir auf die sprünge die arbeiten hier in einer technik zur gedankenmanipulation also ich weiß nicht erst kommst du mir mit mit diesen außerirdischen und nun das klingt etwas unvorstellbar ich weiß aber die erforschung der technik ist alles andere als neu es ist meines wissens ich keinem gelungen aber mit diesem außerirdischen material oder glaubst du dass massimo kartuso so ein zirkus veranstalten würde wenn das artefakt nur einen archäologischen wert für ihn hätte die sekte glaubt dass er kurz davor ist diese technik einzusetzen und was uns dann blüht kannst du dir ja ausmalen also traust du diesen leuten zumindest deutlich mehr als diesem kartuso und was habt ihr jetzt vor die sekte kümmert sich um die sprengung der senderanlage und wir müssen einen weg finden um das experiment selbst zu stören kennst du dich da drinnen aus gibt es vielleicht eine art kontrollraum oder so etwas ähnliches ja dann folgen sie mir mal unauffällig jawohl kommandant ach ja bevor ich es vergesse ich habe in den höhlen in china dein handy gefunden dachte du könntest es bestimmt noch brauchen falls mich später mal anrufen willst deine nummer weiß ich auswendig aber vielleicht reicht es ja auch wenn wir darauf warten bis die mitglieder dieser nicht erkennt sich damit aus der archäologe kennt sich damit aus das effekt auf unserer seite du willst du also wirklich runter ja und jetzt komm ja vorstuhl scheint noch zu funktionieren und einige türen auch aber die anderen kriege ich nicht mehr auf jetzt muss er sterben hörst du mich na prima ich muss die türen so schnell wie möglich wieder auf kriegen sonst haben wir ein echtes problem haben wir schon mehr als genug hoffentlich wartet nina auf mich macht keine dummheiten aber wie ich sie kenne wird sich diese hoffnung wahrscheinlich nicht erfüllen max scheint mich durch die türen zu hören nein er muss nicht sterben hoffentlich kriegt er die tür wieder auf aber darauf warten kann ich eigentlich nicht wir haben keine zeit zu verlieren funktioniert der fahrstuhl ja noch dann kann ich mich da unten schon mal ein bisschen umsehen der muss nicht sterben ist aber auch kalt hier unten ist alles überfroren was das kann überwachungskameras hoffentlich hat max im kontrollraum die monitore immer im blick ja das ist ja gut so ganz ohne schutzeinzug radioaktiv beste jemand hat das rad entfernt mit dem sich das ventil auf und zu drehen lässt jetzt ist da nur noch eine stange mit den händen kann ich das wieder auf noch drehen was drauf zu pümpeln nicht das ein mann die gewinde dingsbums was für ein gewinn ich habe ein gewinde aufgedreht so schön was schrauben wir jetzt da drauf das schild jeder mal da weg du mit den händen kann ich das wieder auf noch zu drehen ich habe ein gewinde auf die stange gedreht ja was trauen wir da jetzt drauf ich will versteht was will es offenkundig nicht mal weiter gucken was ist das ein heizkörper ich habe vermutlich warm werden ja körper fühlt sich kalt ich habe keine armee hinter mir habe sollte ich da nicht unbedingt rein was für ein riesiger eiszapfen ja du hast augen mit dem kriege ich so nicht ab dafür ist der viel zu machen ich dachte der würde es ungefähr hier hängen in der höhe da drüber kannst du den irgendwie abpumpeln also nicht mit dem pümpeln sondern schlagen na guck endlich hat eine funktion ach den hat sie mitgenommen na ist klar kannst du den radioaktiv radioaktiv wir haben ja auch mit allem ein lied verbinden ja das ist das rohr führt durch die wand in den gang musikophil radioaktiv das rohr führt durch eine wand in den gang kette eine eisenkette die mitten im raum hängt keine ahnung wozu die gut ist ja erst mal dran ziehen ja natürlich gut erst mal weiter gucken da sind zwei aufkleber drauf explosionsgefahr und nicht mit wasser in berührung bringen dafür dass das zeug so gefährlich sein soll macht das fass aber keinen sehr stabilen eindruck dann tun wir das fass da draußen hin tun den eiszapfen da drauf bohren da vorher irgendwie ein loch rein dann wird es warm dann verließ das wasser in das fass wir rennen weg und alles andere explodiert das schild warnt davor dass bei kontakt mit wasser chemische reaktionen ausgelöst werden könnten die farbe ist dermaßen brüchig dass sie schon beim anschauen abbröckelt das schild ist fest genietet kannst du dieses dingspumpster mitnehmen doch hoffentlich geht der deckel jetzt nicht auf und damit das schild abpumpeln schraubenschlüssel mehr gut später erstmal weiter gucken fässer boxen fässer lampe ne eiswand achso das ist aber komisch an einigen brüchigen stellen sieht man das eis hinter dem mauerwerk wir müssten uns also unterhalb des meeres spiegels befinden der ist nicht so gut wenn es dann explodiert wir laufen ja dann weg wo hinten nach oben bitte so jetzt haben wir hier das ding das muss ja irgendwo hin hey wir müssen dann weg an die eiswand an 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 ich weiß nicht was war noch weiter ist noch ein stil luca roa Aro hat es doch schon. Kannst du da noch mal hinklicken? Hier? An einigen brüchigen Stellen sieht man das Eis hinter dem Mauer da. Hier? An einigen ... Ne. Schon gut. Was hatten wir jetzt alles? Das Schild? Was ist das? Kann sie das Schild mit irgendwas anderem ab? Ah, ok. Oh! Der ... Nein. Ein Phanus-Symbol. Ah, ja. Aber so richtig. Da ist was abgefallen. Ich sollte aufpassen. Sobald der Eiszapfen anfängt zu schmelzen, wird er an der Kette durch den Raum schwingen. Ah, und dann gegen das Fass. Und dann gegen das Fass. Und dann kabumm kabumm. So. Und mit dem Schraubenschlüssel? Ah, ja, ja. Ein gewisser Herr Tütz würde jetzt sagen, eine runde Metallstange kann man mit einem Schraubenschlüssel nicht zu einer Drehung überreden. Hat er recht. Muss man ihm lassen. Irgendwas draufpumpeln. Und jetzt? Silikon. Was wollen wir sehen? Ja, das Rohr hat er. Ja. Oh, nicht gegen klopfen. Klang, 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 klang. Was ist das? Was ist da los? Das Rohr ist kalt. Ach, no shit. Ist ja faszinierend. Okay. Kannst du den neu gewonnenen Schraubenschlüssel mit irgendwas kombinieren? Das ist eine gute Frage. Nein, nein, nein. Jetzt hat es einen Griff oder was? Ein gewisser Herr Pütz. Was ist das? Durch das aufgesteckte Rohr habe ich jetzt eine bessere Hebelwirkung. Schild. Schild? Was ist denn mit dem Schild? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Geil. Was ist denn mit dem Schild? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Sie nimmt ja erstmal alles mit. Ach, fuck. Nee, geht auch nicht. Eiswand. Hier, kaputt machen. Ach so, was denn da? Guck mal. Da die Mutter! Die Mutter ist aus der Häuterung der Rohre rausgebrochen. Die Mutter ist aus der Häuterung der Rohre rausgebrochen. Da stand sie davor. Jetzt erzähl nicht. Richtig, 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 richtig. Grab, wenn es dir gefälligst. Was passiert, wenn wir an dem Rohr drehen? Sehen wir in der nächste Folge. Bis dann!